Es ist 12.45 Uhr und heute wollte Kima zum Frühstück kommen. Hey Kima, wie geht's dir? Ah, Chili, 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 Chili. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Sonnenbrille online bestellt und das ist das Ergebnis. Es ist doch keine Sonnenbrille. Vincent, mein Süßer, wie geht's dir? Nein, warum in jedem Vlog? Wie gefällt's dir so hier? Ich scheiße nicht. Es riecht dir so. Ich riech, es riecht so warmer Pisse. Chihidisch-Chilige Firma. Hast du gerade geschlafen? Äh, nein. Ich arbeite. Lein Lightscan wird auf jeden Fall diese Woche noch vorbeikommen und Leute, ich weiß es gar nicht, ob wir es überhaupt noch hinkriegen, Kima endlich mal zum Frühstück einzuladen. Ich habe einen Entsafter und dann könnten wir verschiedene Sachen entsaften, zum Beispiel sowas wie Eier oder Wurst. Ja, okay, Kima, dann machen wir das Fix am Samstag, Kräffmord. Halb zwölf. Perfekt, dann werde ich da noch schlafen. Verdammte Scheiße, was habe ich mir da wieder eingebrockt? Wie ist die Laune? Äh, ich bin hier sehr gespannt und auf dich. Ich habe gehört, du recordest heute einen neuen Hit. Wir haben einen ganz speziellen Feature, das ist ein kräftiger, heftig und leftiger Post. Für! Boom! Gib mir mein Geil! Du schreibst jetzt, wenn wir dort sind, ein paar Lines auf und ich rapp dir dann direkt Freestyle ein. Ich Ghostwriter. Ja. Ich habe die Secks in der Hand, ich gebe sie, was ich nicht kann. Freestyle. Auch hier in die Kamera, rappen wie kein anderer. Also mach mal das Paraglust. Sie, 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 Klingeln. Das war dein Part. Ja, alles klar. Ey, dann lasst uns das Endergebnis jetzt bitte gemeinsam anhören. Also die Crowd ist auf jeden Fall hyped. Jungs, ihr seid gespannt wie Fall und Drogen, oder? Auf die Beat nach Nico. Und jetzt ist das kurz mein Part laufen. Ich habe die Secks in der Hand, ich gebe sie, was ich nicht kann, ich gebe kein Fink, den ich habe, all den Gehörden nicht. Das war super gut. Darf ich dich bitten, noch einmal ganz kurz abzuspielen, was Stiff mir gerade auf ernster Basis aufgenommen hat? Die Jungs sind am Start, oder? Die Jungs sind am Start. Die Jungs sind am Start. Dann hören wir lieber was von dir, oder? Oh Mann, was war denn da gestern los? Ich sag's dir morgen. Es ist Zeit zu frühstücken. Und wie könnte ein Frühstück schöner sein, als mit einer Begleitung? Ja, also, äh, ja, perfekt. Oh, hi. Ja, heute werde ich euch zeigen, wie man ein richtiges Spiegelei zu bereitet. Wie finde ich meine Form sehr ehrlich, mit Oberkörperhaaren und so? Ich finde sie gut. Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es hier eine kleine Kante an der Pfanne, ja? Ah, ah, ja. Ah, fuck. Ah, oh Mann. Du willst es einfach filmen, wenn ich den Kaffee anschenke? Ja. Ja, das ist auch ein Lifestyle-Blog, oder? Wow. Mmh, köstlich-schmöchtli. Alter, der Kaffee sieht richtig gut heute aus. Ja, was filmst du jetzt noch weiter, Alter? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Wenn es hier, wenn es leuchtet, filmen wir es immer noch, oder? Was? Ich sag's immer noch. Kannst du dir vielleicht noch einen Ausschnitt anziehen? Nein, ich hab nichts drunter. Perfekt. Bitte präsentieren Sie uns das Frühstück. Äpfel, Bananen und Kiwis. Wow. Golden Kiwis. Keine nochmal. Was hast du nochmal drunter? Nichts. Ich hätte hier einmal Spiegeleier. Die sehen im Übrigen aus, wie das letzte... Wie haben wir die gewürzt? Gute Frage. Chili-Salz. Und keine Ahnung, was das sonst noch drauf gemacht wird. Bitte hör auf, mich voll zu mühen. Die einzig wahren Toasties. Ach so, ganz kurz, das ist mein Frühstück. Und einmal das Vogelfutter von Nico. Nico? Ja? Was machst du da? Ich putze. Warum bin ich eigentlich den ganzen Block oberkörperfrei? Ich weiß es nicht. Nein, nein. Ich glaub, das liegt eher daran so... Oh ja! Okay, und das ist ein super Mittel, weil damit lässt sich direkt... Also, ah, hier noch ein paar Schamwaren. Ja. Das interessiert wahrscheinlich die Leute gerade extrem, oder? Sogar ich bin gelangweilt. Ja, der geht doch nach Hause. Ob ich zum Friseur gehen sollte? Ich schneid's dir immer auf. Heute Abend, 19 Uhr, ist es soweit. Wir droppen mit unserer Ola Cala Kollektion. Also, wer irgendwas davon haben will, oder sich dafür interessiert, schaut einfach auf der Ola Cala Website vorbei. Heute um 19 Uhr. Wer euch dieser Vlog gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt. Und verdammt, warum hat über 92 Millionen Prozent dieses Channels... Und die Channels haben diesen Channel nicht... Scheiß drauf.